Das ist kein Konto, oder? Das müssen wir aber genügt. Und vielleicht kommen wir. Ich hoffe, es ist ein Mumia-Sieg. Das ist ein Schlagzeug, ja okay. Das ist ein Tarschlitter, da bin ich in Kleidung auf dem Boden. Heieiei! Heieiei! So weit geht es eigentlich noch. Du hattest schon eine Luft rufen, oder? Nein. Wie wohl? Ich wohne ja alleine. Du bist ein fets Arsch. Und wenn die Schuhe passen, dann nicht. Nein. Jetzt müssen wir nicht... ...häl sein. Und ich muss den Titel anladen. Ja. Am Oberarm weiss ich machen. Ich hoffe, wir nehmen schnell ein Auto. Ja. Nein. Ich gucke nicht die alte Schraub. Ich glaube. Ich mache es. Ich bin nicht so gut. Ich bin nur ein Fortsch. Ich habe eine Karte gemacht. Und ich habe nur ein Fortsch. Ich habe nur ein Fortsch. Moin! Moin, Moin! Was machst du so früh schon? Keine Steine. Ach so. Ich bin der Hel Wachmann. Sollte GTA oder was? Ja, ich hab mir gerade meine zwei neuen Autos geholt. Aber den sind es zu schnellste. Was? Was? Was ist ein Totale Show idag? Nein. Du geh da, oder? Nein, du geh da. Du bist da, oder? Du bist da, oder? Du bist da, oder? Nein. Ja. Du, die Farbigen. Ja. Ja, die sind geil. Mhm. Und was hat er sicher geholt? Zwei neue Autos. Wie viel wäre es, oder? Nein, ja. Die anderen sind besser. Das habe ich jetzt selbst nicht gekauft. Ich habe auch nicht. Das habe ich noch nicht. Oh Gott, ja. Daniel. Jetzt wieder geholt. Das ist ja mit, oder? Das ist ja mit. Das ist ja mit. Das ist ja, mit. Das ist ja mit. Das ist ja mit... Ja. Warum soll ich das Make-up machen oder verschlägt werden? Ja, zum Friseur habe ich das noch gesagt. Aber nein, das machen wir hier Friseur. Ja, und sie sollen ihre Haare offen tragen. Jetzt habe ich die Pärze rausgeholt. Ich kann sie zur Front anziehen. Schau dir immer so lange, bis sie anfahren. Die Pärze rausgeholt. 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 Nein! Nein! Das hat hier nichts im Rechts. Darum habe ich das genommen. Siehst du? Mal nimm den Sidecut. Hör auf. Doch, das ist geil. Der Federschwanze ist das Beste, das ich hier getan habe. Der Federschwanze ist am besten. Also haben Sie die Arbeit in Ordnung? Die Hör auf. Eeeeheh. 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 Sieht einen Shot-Honkling. Ich kann es nicht mehr. Von daher kann ich mich nicht wiederholen. Was hört man? Ich muss die Autos jetzt schon wieder schminken. So. Ja, aber musst du schon ein bisschen schminken. Ja, was jetzt? Sie sieht blass aus. Rot ist geil. Kann ich vorne die Handtuch nehmen? Nein, sie sieht hässlich aus. Rot. Entscheide dich jetzt. Ja, rot zum Schminken. Ja, aber welches rot ist das? Ja. Ich kann es euch jetzt schminken und du sagst, es ist hässlich. Ja. Kannst du dich auch mal entscheiden? Ja. Make-up. Man hat hier nichts zu tun, das ist das Problem. Ja. Ja. So wie die hinten dran. Ja, klar. Das ist gut. Doppelwürfel. Ja. 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 Auch hier noch stehen. Und ein neues oder auch noch. Ja. 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 Ja, weil ich auch ein Sandhaar. Tönts wie. Ja. Ja, weil ich auch ein Sandhaar. Ja. Ja. Ja, ich habe immer noch eine andere Karte. Ja, ich muss ein T-Stell sein. Für ein bisschen neue Karte. Also verkaufen wir. . . . . . . 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 15. 18. das ist oder das oder das 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 Mhm. 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 Was lachst du? Wie du fährst. Ja, im Schnee ist es nicht so einfach zu bremsen. Dann rutscht er noch zuerst 100'000 Kilometer weiter. Zuerst flicken, oder? Mhm. Woher komme ich für den Scheiss? Nichts. Okay. Ist auch nicht am Tuned wie ihn noch. Ich hab nur von dir geschwäum. Wir haben uns dann nicht mehr gesehen. Ich werde mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag. Meiner so will ich es stark. Ich bin total verbiert. Ich werde verrückt, wenn Zeit verbiert. Ich hab auch nicht mehr gesehen. Ich hab auch nicht mehr gesehen. Ich hab auch nicht mehr gesehen. Das ist viel ernst. Angst. Engel? Es ist geil? Aber einfach nicht zu viel. Dänen, wo ich drauf bin. Oder der. Hm. Ja. Das kann es auch sein. Genau. Das ist echt eine Überraschung. Ich habe noch viele Hände zu sitzen. Ja, ein smart Lentuchter, oder? Das ist wirklich ein Klaffier. Kann man jetzt weiter? Ja, wir müssen mehr können. Ja, da kann man jetzt eine Mini-Bestelle. Pink. Ja, wir werden es liefern zu Hause. Es läuft so richtig in die Lady like. Aber man kann nicht kochen an der Klaff. Weil dann kommst du automatisch, wenn du eine Flüte hast. Mh, mh, mh. 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 Was wartet du jetzt? Aufs Auto. Wenn das geliefert wird, dann lassen wir es vom Mechaniker holen. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh, mh. Mh. Mh, mh. Das ist so schön. So schön, so schön. So schön. So schön. So schön. Ich lege mich wieder, oder? Ich muss einfach die Gloppi-Siezen auf. Das ist eine ganz schöne Auto. Das war's für heute. Ja. Schön finde ich jetzt. Oh Gott. Aua. Das ist kein Mord. Ich habe dir gesagt, ein Mini. Ich wollte dir ja zeigen, wie der Smart aussieht, aber du bist ja hier, beschäftigt zu sein. Hat dich ja nicht interessiert? Nein. Ja, ist so. Das ist so. Das ist so. Kann man das nicht? Ja. Nein, nein. Achtung! Achtung! Da stehst du ja, dass die E-Bahn wieder hochkommt. Jetzt geht es los. Nein. Was? Ja, warte, ich komme auch. Wieso? Weil ich vielleicht auch müde bin, Alter. Ich hoffe, ich habe mich nicht mehr so zu essen. Ich habe mich nicht mehr so zu essen. Ich habe mich nicht mehr so zu essen. Nein. Schau, es ist scharf. 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 Scharf.